Wem der Cocktail Audio X12 im Format und in der Leistung zu klein ist, der bekommt mit dem X30 eine wirkliche Alternative. Nicht nur das silberfarbene oder schwarze Gehäuse aus CNC-gefrästem und gebürstetem Aluminium vermittelt Wertigkeit, sondern auch das ansprechende Design. Als erstes springt die massive Alufront mit dem 5 Zoll TFT-Farbdisplay ins Auge. Das Display zeigt nicht nur alle relevanten Informationen an, sondern auch das Cover einer CD, Albumname und Titel. Zwei massive Regler steuern den X30. Es folgen einer der drei USB-Ports, der Kopfhöreranschluss und ein AUX-Eingang. Auf der Rückseite verbinden die 8 Ohm-Lautsprecher-Terminals den X30 mit externen Boxen. Zweimal 50 Watt bzw. 100 Watt bei 4 Ohm stehen zur Verfügung. Für eine hochwertige Audio-Wiedergabe sorgt ein integrierter Burr-Brown Digital-Analog-Wandler. Digitale und analoge Ausgänge zu externen Verstärkern stehen als TOS-Link, Koaxial, als XLR und RCA zur Verfügung. Externe Quellen können die digitalen Eingänge TOS-Link und Koaxial oder analoge Eingänge nutzen. Der Antenneneingang versorgt das FM-Radio mit Signalen. Die Verbindung zum Netzwerk erfolgt über Gigabit LAN oder einen WLAN-Dongle. Der HDMI-Ausgang stellt die Display-Inhalte auf einem Flachbildschirm dar. Hier finden wir auch zwei weitere USB-Host-Ports. Der Cocktail Audio X30 hat sich etabliert und ist wohl eines der vielseitigsten Geräte am Markt. Es fehlen eigentlich nur noch die passenden Lautsprecher und eine Festplatte. Der X30 spielt nicht nur CDs ab, sondern ript eine CD in ein paar Minuten und kopiert den Inhalt auf die integrierte Festplatte. Aus dem eigenen Netzwerk oder anderen Quellen lädt der X30 Material für das eigene Musikarchiv. 4 TB bieten unendlich viel Platz. Der Einschub akzeptiert 3,5 und 2,5 Zoll Platten und SSDs. Der Cocktail Audio bietet nicht nur FM-Radio, Internetradio mit zusätzlichen Abo-Diensten wie SimFi, sondern erlaubt auch noch die Aufzeichnung der Inhalte. Und wer noch alte Vinyls oder gar Kompaktkassetten hat, kann diese digitalisieren und archivieren. Die Umwandlung in andere Formate gelingt hervorragend. Der X30 beherrscht mit WAV, MP3, FLAC, WMA, M4A, ALAC, AIFF, OCFORBUS die wichtigsten Musikdateiformate. Die Musik darf mit Auflösungen bis 24 Bit und 192 KHz vorliegen. Für Freunde der Klassik ist die Gapless-Wiedergabe ohne störende Pausen möglich. Die Bedienung ist denkbar einfach. Entweder direkt am Gerät oder über die Fernbedienung lässt sich schnell die gewünschte Musik finden und abspielen. Der Musikserver ist außerdem auch per Webinterface via Smartphone steuerbar. Geeignet sind auch gängige Apps für DLNA-Musikwiedergabe. Inhalte vom Smartphone oder Tablet werden drahtlos eingespielt. Der Cocktail Audio X30 ist ein Media Player bzw. ein Musikserver par excellence, der sich durch seine sehr gute Verarbeitungsqualität mit hochwertigen Komponenten und Features auszeichnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ist eine sehr gute Callum des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 eszinien. der Druck wurde in einem kleinen Schatz zu verwenden.